Wir wissen ganz genau, wie Duisburg spielen möchte und wo sie ihre Stärken haben. Wir spielen zu Hause und wir wollen auch unsere Stärken zu Vorschein bringen. Das ist ein hohes Pressing und sehr viel Einsatz und sehr viel Ballbesitz. Ich bin zu Hause an der Bremer Brücke. Ich freue mich. Die Vorfreude steigt, als Heimspieler endlich mal dort auflaufen zu dürfen. Ich denke hoffentlich vor dem Haus. Wenn wir das hinbekommen, glaube ich schon, dass wir eine kleine Chance gegen Duisburg haben.